Gehen wir mal rein in das Suns Jazz Game vor wenigen Tagen. Hier im dritten Viertel, Utah läuft eine Pitch Action zwischen Conley und Ingels, die dann direkt zu einem Pick'n'Roll mit Gobert führt. Der Big Man rollt hart ab, zwei Defender sind bei ihm, der Ball landet bei Clarkson, der den relativ unbedrängten Dreier verwandelt, auch wenn das Closeout noch gut war. Ein Angriff später, wieder der Gobert Ballscreen für Conley, der Center rollt ab und da diesmal die Hilfe weg bleibt, ist die Mitte komplett offen. Wenn es so gut funktioniert, dann doch gleich nochmal, wieder geht Gobert nach dem Pick in Richtung Korb und da Booker zu ihm geswitcht hat, gibt es dort ein klares Mismatch. Darum kommt wieder die Hilfe aus der Weak Side und wieder gibt es einen offenen Dreier, der sein Ziel findet. Drei Angriffe, dreimal erfolgreich, acht Punkte und Rudy Gobert hat einen maßgeblichen Anteil an allen. Wir alle denken verständlicherweise oft sofort an seine Defense, aber und darum soll es heute mal gehen, denn er hat einen riesigen Einfluss darauf, dass die Utah Jazz das wahrscheinlich beste Shooting Team in diesem Jahr sind. Kein Team nimmt mehr Dreier als Utah und nur die Bucks und Clippers haben eine bessere Quote. Die Jazz sind allerdings das einzige Team, das in beiden Kategorien in der Top 3 steht. Nun, natürlich sind die Spieler, die die Wirf im Endeffekt auch nehmen, zu einem großen Teil verantwortlich für die tollen Quoten. Allerdings stört Gobert mit seiner Roll Gravity, seiner Präsenz unter dem Korb und damit der Aufmerksamkeit, die er dort auf sich zieht, immer wieder dafür, dass sich das Feld zusammenzieht und eben diese Spieler zu einer Menge freier Würfe kommen. Das Konzept ist nichts Neues. Ich hatte im Januar 2020 schon mal ein ähnliches Video über die André Ayton gemacht, aber ich denke in diesem Jahr macht Gobert in Sachen Roll Gravity niemand etwas vor. Das schauen wir uns heute mal etwas genauer an. Szenen wie diese sind an der Tagesordnung, der Double Drag, Gobert rollt ab, Zion muss reinhelfen und Mitchell spielt diesen traumhaften Pass zum freien Werfer. Diese schnellen kontaktlosen Picks sind besonders gefährlich, da Gobert sofort zum Korb gehen kann, ohne Zeit zu verlieren. Hier gehen zwei Gegner mit, Clarkson profitiert davon. Schaut mal, wie extrem sich das Feld zusammenzieht, das öffnet immer wieder Möglichkeiten für diese Skip-Pässe und Utahs Scharfschützen lassen sich solche Chancen nicht oft entgehen. Der Kader ist perfekt für so eine Spielweise aufgestellt und hat mit Conley, Mitchell, Ingels und auch Clarkson-Spieler, die solche Pässe spielen und die richtigen Plays machen können, Gobert mit seiner Gravity und dann eben auch die Werfer, die aus den kreierten Vorteilen im Endeffekt Kapital schlagen können. Und wie immer, Abwechslung ist key, nicht immer nur Pick'n'Roll von oben, sondern auch mal von der Seite, wie hier gegen die Lakers. Morris muss ganz weit reinkommen, Conley faked LeBron mit den Augen aus und Bogdanovic trifft 44% aus der rechten Ecke. Oder hier gegen Miami, ein empty side pin-down und Lönig ist gezwungen, ganz weit rein zu gehen, diesmal nutzen sie die Chance aber nicht. Im Boxscore findet man das nicht, für so etwas muss man wirklich die Spiele schauen und ich glaube Utah-Fans sehen das ganz genauso. Die Jazz-Offense ist besser, wenn Gobert mit auf dem Parkett steht, ein Grund ist, denke ich, auf jeden Fall auch seine Gravity. Aber warum hat ausgerechnet Rudy Gobert so eine Anziehungskraft mehr als andere Bigs? Gravity hängt doch mit Gefahr zusammen, Beispiel Steph Curry, der Shooting-Gravity des Todes hat, weil er eben auch der beste Werfer ist. Nun, die Wahrheit ist, dass sich Gobert heimlich still und leise zu einem der besten und eben auch gefährlichsten Rollman der NBA entwickelt hat. Das zeigt nicht nur das Tape, sondern eben auch Stats, die das Ganze belegen. Von den 27 Spielern mit mindestens 100 Rollman-Possessions in diesem Jahr machen nur 3 mehr Punkte dabei im Schnitt. Von den 3 Spielern mit mindestens 200 solcher Angriffe ist Gobert mit Abstand vorne mit starken 1,29 Punkten pro Angriff. Gobert nutzt jede Gelegenheit für ein Dunk, die er bekommen kann. Er weiß, wie er seinen Körper einsetzt und unter dem Korb auch physisch spielen kann. Und schaut mal, wie er hier sofort um die tiefe Position kämpft, da kannst du als kleinerer, schwächerer Spieler nichts gegen machen, wenn keine Hilfe kommt. Und Gobert hat Skills, hier nach dem Catch mit dem Eurostep gegen den Defensive Player of the Year. Hier rollt er sofort ab, so schlägt man Traps nach Lehrbuch mit schnellen Slips, bevor er dann geduldig wartet. Anthony Davis ist der beste Lobcatcher der NBA, aber auch Gobert sollte in dieser Liste relativ weit oben sein. Egal ob einhändig oder mit beiden, egal wie man ihn anspielt, Gobert vereint die Skills beim Fangen mit dieser enormen Größe, so gut wie kein Pass ist außerhalb seines Catch-Radius. Also, kommt die Hilfe zu spät rein oder sogar überhaupt nicht, dann sind es in der Regel einfache Punkte für Utah, so gut ist Rudy Goberts Abrolle einfach mittlerweile. Hier verschläft Derrick Johns Jr. die Rotation zur Mitte und fängt Gobert den Ball erstmal hier, ist es einfach zu spät. Darum müssen Teams reinhelfen, darum muss sich das Feld einfach zusammenziehen, weil man diese quasi Geschenkenpunkte einfach nicht abgeben darf. Klar tun freie Dreier weh, aber freie Danks zuzulassen ist auch keine Option. Wir haben jetzt Szenen gesehen, wo Gobert entweder den Ball bekommt und es selber macht oder die Pässe direkt raus zu einem Werfer gehen. Utah kreiert aber auch haufenweise freie Dreier damit, dass Gobert angespielt wird und dann selber rauskickt. Das ist ein Bereich, in dem er sich von Jahr zu Jahr immer weiterentwickelt und es ist unheimlich wertvoll, jetzt wo er die ganze Aufmerksamkeit bekommt. Gebt euch mal, wie voll die Zone hier gegen Miami ist. Gobert spielt nur Look-Pässe in die Ecke, um den Defender, der den ersten Pass nimmt, auf die falsche Fährte zu locken. Und hier schaut er zum Korb hoch und überrascht dann die komplette Defense mit dem Kick-Out raus zum freien Mitspieler. Solche Pässe, wo er nicht mal rausschaut, sind auch keine einmalige Sache, das macht er immer wieder. Hier täuscht Gobert den Monster-Dunk an, Luca geht rein, Melly zeugt auf den Pass in die Ecke, Gobert macht das richtige Play. Das sind alles keine Heldentaten von ihm, nichts, was nicht auch eine Menge anderer Bigs auch können, aber Gobert vereint halt Gravity, Skills als Rollman-Finisher und eben auch als Passer und das macht ihn speziell in dieser Utah-Offense unfassbar und auch unterbewertet wichtig. Und ich möchte euch auch noch eine coole Sache nicht vorenthalten, er schafft sogar seinen Ball-Händler auf Platz, also nicht nur einem dritten Spieler. Hier gegen Detroit sind zwei Spieler beim Abrollen in Big, Ingels ein 50%-Werfer wird einfach mal vergessen, Ähnlich hier mit Mitchell gegen die Mavs, sicherlich hat das auch was mit schlechter Kommunikation zu tun, aber eben halt auch mit Goberts Gravity. Ich war teilweise wirklich schockiert, wie oft das passiert, ich meine, dass Weak-Side-Hilfe reinkommt, ist ja ganz normal, aber Szenen wie hier sind schon ziemlich verrückt. Nun, wie äußert sich diese Gravity noch? Gobert rollt zwar viel ab, aber natürlich auch nicht ausschließlich. Er besitzt ebenfalls Anziehungskraft, wenn er sich im Dunker-Spot befindet. Hier, zwei Netzspieler versuchen den Pass zu Gobert wegzunehmen, Juta kann aber im Endeffekt kein Kapital daraus schlagen. Was die Jazz dann aber halt auch auszeichnet, ist, dass sie Spieler im Kader haben, die bereit sind, den extra Pass zu spielen, dass ihr Spielsystem so ausgelegt ist, gute Würfe gegen sehr gute einzutauschen. Es wird ein Vorteil kreiert, in gewissem Maße sogar durch Gobert, der dann erweitert und schließlich verendet wird, das ist wunderschöner Basketball. Rudy Gobert's Gravity ist allgegenwärtig, zum Beispiel auch in der Transition. Ich bin ein großer Fan von solchen Rimrunning Bigs, die Gewinnbring spielen, weil sie es dem Gegner nicht erlauben, sich sofort zu sortieren. Also, es gibt Bereiche, in denen Gobert vielleicht etwas überbewertet ist. Seine offensive Anziehungskraft ist aber etwas, worüber nicht viele Leute reden, auch wenn man davon nichts im Statistikbogen findet. Ich bin ein großer Fan von Gravity, sei es bei Off-Ball-Movement, wenn jemand Screens stellt, als Pick-and-Roll-Ball-Händler oder eben auch als Abroller agiert. Haben Spieler wie die Andre Ayton, Bam Adebayo oder auch Clint Capella auch Roll-Gravity? Auf jeden Fall, das ist nichts Einmaliges, Defender helfen ebenfalls rein, ein Adebayo-Dunk soll genauso verhindert werden wie einer von Gobert. Mir persönlich ist aber vor allem in diesem Jahr kein anderer Big-Man aufgefallen, der nicht nur eine solche Anziehungskraft hat, sondern wo dessen Team diese auch so nutzt, immer und immer wieder und Utah könnte das sogar noch deutlich öfter machen. Gefallen euch meine Videos, lasst gerne ein Like und ein Abo da, damit helft ihr mir wirklich, noch mehr Basketball-Verrückte-Leute zu erreichen. Danke fürs Anschauen, bis zum nächsten Mal und macht's gut!